Zahlungsabwicklung, leicht gemacht oder wieder eine Kostenfalle? In diesem Video sprechen wir über Payments by Booking und ob es sich für dich als Fevo-Vermieter lohnt. Los geht's! Bevor wir starten und in die Vorteile und Nachteile reingehen und schauen, ob sich das Payments by Booking Programm für dich lohnt, was ist das überhaupt? Payments by Booking bzw. Zahlungen via Booking.com ist ein Programm, an dem du teilnehmen kannst, wenn du bereits eine Ferienimmobilie oder mehrere Ferienimmobilien über Booking.com anbietest. Das heißt, du bist Booking-Partner und du inserierst deine Unterkünfte über Booking.com und dann kannst du entscheiden, ob du an Payments by Booking-Programm teilnimmst und sozusagen die ganze Zahlungsabwicklung, das heißt der Gast, in dem Fall ich zum Beispiel, ich buche bei dir und Booking hat meine Kreditkarte, ich buche über Booking. Booking zieht das Geld von mir ein, ich entscheide, wie ich bezahle und du kriegst das Geld dann ausgezahlt, von Booking.com und du musst dich um nichts kümmern. Kein EC-Ladegerät, keine EC-Karte bzw. EC, wie heißt das gerade? EC-Gerät, keine Kreditkartenlesegerät und so weiter und so fort, sondern du tust diesen Pain-Point sozusagen abgeben, komplett an Booking.com. So und jetzt weißt du, was Booking by Payments ist, das heißt du outsourcest deine, du gliederst deine Zahlungsabwicklung ab an Booking.com und musst die Leute nicht vor Ort sozusagen abkassieren oder im Vorfeld mit den Leuten kommunizieren, bitte überweis mir das Geld, sondern alles macht Booking.com für dich. Was sind die Vorteile dieses Programms? Darüber sprechen wir jetzt. Ein Vorteil ist natürlich die niedrige Einstiegsbarriere, also du kannst sehr einfach am Programm teilnehmen. Booking fragt sozusagen das Programm oder deine Willigkeit ab, schon bei deiner Registrierung. Also da auch ganz wichtig, wenn du gerade neu bist bei Booking, entscheide dich schon vorher, weil während der Registrierung, also des Anlegens deines Inserats, wenn du auf Joint, Join, sorry, Joint. Join.booking.com gehst, fragt Booking dich ab, ob du am Zahlung via Booking teilnehmen möchtest oder halt nicht. Wenn du es nicht tust, musst du dich selber um die Zahlungsabwicklung kümmern und wenn ja, dann wie gesagt Collected sammelt das Geld für dich Booking ein vom Gast. Also die Einschießbarriere ist sehr, sehr niedrig. Es ist super einfach, dort reinzuopten, dort reinzugehen. Vorteil Nummer zwei für dich als Vermieter ist natürlich die einfache Zahlungsabwicklung. Booking kümmert sich um die Zahlung, das heißt der Verwaltungsaufwand für dich ist deutlich geringer und auch das Chasen, das Hinterherlaufen deinem Geld ist auch abgegeben. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch eine Coaching-Teilnehmerin, die mit ihren zwölf Einheiten auch bei Payments bei Booking ist, obwohl sie sehr, sehr viele Direktbuchungen auch bekommt und Booking nur 10 oder 20 Prozent ausmacht. Aber sie hat sich zum Beispiel für Payments bei Booking entschieden, weil sie sehr viele ausländische Buchungen auch bekommt über Booking, weil halt international. Und sie hat keine Lust, dem Geld hinterher zu laufen, wenn zum Beispiel eine Non-Rev storniert wird. Also eine nicht kostenfreie Rate storniert wird und dann musst du natürlich das Geld dann dir holen und nicht immer funktioniert das. Und ich weiß, dafür gibt es in Kassobüros, aber trotzdem, diese Komplexität ist halt abgegeben. Du hast halt dann einfache Zahlungsabwicklung für dich. Es ist einfach, auf Deutsch gesagt, convenient. Punkt Nummer drei oder Vorteil Nummer drei ist natürlich die erhöhte Sicherheit. Du hast weniger Risiko von Betrug oder Zahlungsausfällen, weil wie gesagt, du hast diese ganze Kreditkartenprüfung, Geschichte, hast du outgesourced und musst dich darum nicht kümmern. So, die Nachteile sind wie folgt. Erstens natürlich Kosten. Das kostet natürlich. Also diese Convenience, diese Einfachkeit und so weiter, die du dir sozusagen da einkaufst, kostet natürlich. Alles kostet. Es sind 1,6 Prozent, sage ich immer in unseren Coachings. Also 1,6 Prozent. Ich zeige dir mal eine ganz kurze Abrechnung hier. Das ist eine deutsche Rechnung. Das sind in dem Fall, glaube ich, 1,3 Prozent abgerundet. Pro Transaktion kostet das dem Vermieter jetzt in dem Fall aus Norddeutschland. Das heißt, du hast hier Kosten. Denk dran, Ronnie Friedman, there is no such thing as the free lunch. Oder vielleicht war es auch jemand anders, der das gesagt hat. Aber alles kostet. Diese 1,x Prozent, das kann auch mehr sein. Laut Booking.com sind es zwischen 1 und 3,1 Prozent. Den Link zu allen Informationen zum Payments by Booking. Wir haben dir extra die ganzen Ressourcen in die Videobeschreibung gepackt. Also kannst du gerne reingucken und dich in Ruhe reinlesen. Weil wenn es um deine Finanzen geht, denk dran, da gibt es keine Jokes. Und jetzt sind wir auch wieder beim Pricing, beziehungsweise bei deiner Preisgestaltung und Preisstrategie. Es ist super, super wichtig, dass du genau weißt, was für eine Tagesrate du wann haben musst. Weil eben Buchungsportale, du hast nicht nur die Provision, die du an Booking zahlst, sondern solche Services kosten natürlich auch Geld. In dem Fall 1,x Prozent, wie bei diesem Kunden von uns. Aber laut Booking.com sind es 1 bis 3,1, weil wir wissen ja, denk dran, du hast ja, wenn du unseren Kanal abonniert hast, schon gelernt, Booking hat unterschiedliche Kommissionssätze, je nachdem, wo du vermietest. Wenn es eine Villa ist in Griechenland, sind es halt 15 Prozent. Wenn du in Polen oder in Deutschland vermietest, dann bist du mit 12 Prozent Basiskommissionssatz dabei. So, und das sind jetzt nur die Kommissionssätze. Da musst du dann natürlich noch draufrechnen, die 1,x Prozent für die Zahlungsgebühr. Einfach, weil Profitabilität ist wichtig und du sollst die Zahlen immer im Auge behalten. Einen Nachteil müssen wir jetzt natürlich erwähnen, abgesehen von Kosten. Das ist der erste Nachteil. Der zweite ist natürlich Cashflow. Du kriegst das Geld nicht sofort und kannst damit nicht arbeiten. Ich habe selber an der Fachhochschule Straßung studiert, damals einen Bachelor of Business Administration gemacht, 2012, und später dann an die Technische Universität nach Danzig gegangen, nochmal einen Master dran gehängt. Und wir haben ja damals sehr viel Finance gehabt. Und wir wissen, a dollar today is worth more than a dollar tomorrow. Das heißt, ein Euro heute oder ein Dollar ist mehr wert als in 18 Monaten. Warum? Weil wegen der Geldwertentwertung, wegen der Inflation. Und einmal das frisst sozusagen den Wert. Aber auch, stell dir mal vor, wenn du das Geld jetzt schon hast, kannst du 12 Monate mit dem Geld arbeiten. Und du weißt ja, Geld ist am besten, wenn es fließt, wenn es arbeitet. Also Cashflow ist natürlich ein absolut negativer Faktor. Und das musst du halt als Vermieter abwägen. Wenn du klein bist, macht wahrscheinlich Payments by Booking Sinn. Wenn du groß bist und richtig viel durchschiebst, wie so ein kleines Hotel, dann macht wahrscheinlich eigene Zahlungssysteme Sinn. Und dann sparst du dir halt diese 1,x Prozent, beziehungsweise 1 bis 3,1. Also noch einmal mit Cashflow. Danke, Agnes, für die Korrektur. Es geht darum, dass du das Geld nicht sofort bekommst. Du wirst ja ausgezahlt. Früher war es, als ich noch damals angefangen habe. 2017, 2018 habe ich ja bei Booking als Account Manager gearbeitet. Und ich habe damals auch das Ferienhaus meiner Eltern sehr, sehr gut ausgelastet. Damals waren die Auszahlungen immer zum 15. des Folgemonats, für alle Checkouts des vorherigen Monats. Das heißt, wir haben das Geld erst am 15. September bekommen für alle ausgecheckten Buchungen und Gäste aus dem August. Und da kannst du natürlich die ganze Zeit mit dem, und wir haben ja zum Teil Buchungen bekommen, die waren damals noch vor Corona 12 Monate im Voraus. Kannst du mit dem Geld halt nicht arbeiten, keine Anzahlungen und so weiter und so fort. Also das meine ich mit Cashflow. Mittlerweile hat Booking sehr viele Fortschritte gemacht, so wie alles im Leben, hat sich weiterentwickelt. Und mittlerweile sind die Auszahlungen sogar, alle zwei Wochen kriegst du dein Geld. Also es ist schon deutlich besser getaktet, du musst halt nicht mehr so lange warten. Aber ich wollte Cashflow erwähnt haben, weil es ist ganz, ganz wichtig für dich. Du musst ja auch betriebswirtschaftlich denken. Und wir sagen auch allen unseren Coaching-Teilnehmern und Webdesign-Kunden, wenn du vermietest, egal ob ein Objekt oder 20, du musst halt wie ein Unternehmer denken. Das heißt, diesen Cashflow ist ein zweiter Nachteil neben dem Kostenfaktor. Und jetzt sind wir beim dritten Punkt, und das ist natürlich Abhängigkeit. Du gibst im Grunde eine wichtige Funktion ab an Booking und verlierst natürlich ein bisschen Flexibilität, obwohl ich dort auch sehr positive Dinge über Booking gehört habe. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat einen Campingbetrieb geführt. Diese mobilen Häuser wurden vermietet, beziehungsweise diese Campinganhänger. Und Booking hatte damals vor einigen Jahren Auszahlungsprobleme. Und er musste relativ lange auf sein Geld warten. Und das war, wie gesagt, ein fünfstelliger Betrag. Aber Booking hat das Geld nicht nur zurückbezahlt, sondern hat sogar noch was obendrauf gepackt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Verzinsung war oder was es war. Aber ich erinnere mich, dass mein Kollege oder mein Freund gesagt hat, Jacek, Booking hat sich sehr löblich verhalten. Und das hört man auch sehr selten. Deswegen, ich denke auch, diese positiven Dinge muss man auch oft hervorheben, weil im Internet leider gibt es oft nur, werden die negativen Dinge oft sehr, oder die negativen Cases, beziehungsweise Fälle, kriegen da zusätzlich Aufmerksamkeit. Aber es gibt auch sehr viele positive Beispiele. Zusammenfassend kann man sagen, die Vor- und Nachteile musst du abwägen. Wir haben dir extra drei Vorteile und drei Nachteile gegeben. Also Wege ab, ob das Programm für dich Sinn macht. Schreib uns auch gerne, ob du teilnimmst. Und wenn du nicht teilnimmst, warum nicht? Das würde mich persönlich sehr interessieren. Also nutze bitte die Kommentarsparte. Und wenn du das Video, so wie 10% unserer Viewers auf einem großen TV schaust, in deinem Wohnzimmer, dann später, wenn du am Handy bist, beim Zähneputzen, so wie ich das immer mache. Lass uns gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns drauf und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.